Habe die Ehre miteinander, ich bin's der Bürger, des ist der Kani, den habt ihr auch schon einmal gehört gesehen, habt ihr es noch nicht, denn meine alten Barbarians sind groß und des ist der Flo, den habt ihr schon einmal gesehen in einem alten, das ist gar nicht alt, das ist neu, das ist noch nicht neu, in einem Was-Video und des ist unser neuer Podcast, das ist unser verdammter neuer Podcast, Spätzi wird schon! So, damit wir euch ein paar an Dimpfen erwischen, haben wir uns ausgedacht und unterhalten wir uns heute das erste Mal in der Debüt-Folge über den ersten Kontakt mit Alkohol und Nikotin. Heute mein erstes Mal. Braucht habe ich noch nicht. Wir brauchen jetzt schon einen Mien-Button, daubt! Ein Daubt! So einen roten Knopf, der wohnt auch mit der Lüge. Nein, das kennt euch, so müssen wir den Zukunftsbürger drum kümmern. Dein erster Rausch? Der ist lang her. Da war ich zwölf Jahre alt, ganz ruhmreich, das erste Mal beim Kumpel, das erste Mal probiert und natürlich gleich mal. Wo hast du gesucht, ey? Ein Isermass, tatsächlich. Als All-Lust, der denkt so das erste Mal. Nein, ich habe mal nichts Ding dabei. Die Gorn-Richt-Scheiße, die Blubholz-Wichse drinnen, ne? Ja, genau. Ich bin auf den Scheiß die Wurst durchgegangen und habe mir gedacht, heute trinke ich mir erst Bier und dann stellen wir die halt so eine Masse hin und du kennst das ja nicht, die Meuter und die schmeckt halt. War das ein Diversity-Festel, weil es Isermassen genutzt? Nein, es war... Ein Diversity-Mask. Sixteen time. Diversity. Nein, es war eigentlich nur eine ganz normale. Du hast ja gedacht, der Isermass als Allererstes mit zwei ist eine gute Idee. Es war in dem Moment eine gute Idee. Hast du gewusst, was das ist? Natürlich nicht. Die waren alle 16, 17 und haben sich selber gefeiert für das, dass sie mich so abfüllen. Ich habe da natürlich auch alles voll gespümmt. Aber dann habe ich ja zwei Pausen gespümmt. Osser der Heinz-Holt. Ja. Also beim ersten Rauscher gleich sauber aussehe. Ja, ich habe da auch wirklich Pause gebraucht. So zwei Jahre Regenerierung und Pubertät, ne? Und dann war es wir mit dem Wichsen. Dann fangt man einfach wieder an. Dass du nach dem ersten Mal Wichsen auch so lange Pause brauchst, oder? Ich sage dir, das ist gleich eine gute nächste Frage. Hast du da wirklich komplett aufgehört zum Düdeln und so? Wärst du dann Jahre später? Ja, wirklich komplett. Das hat mir so gereicht, weil ich habe wirklich die ganze Nacht durchgespümmen. Ich meine, ich stirb. Und dann dachte ich mir, machen wir es human und mit 14 machen wir weiter. Machen wir es dann weiter. Machen wir es dann weiter. 14 heißt weiter, okay. Ich habe ja gleich gewartet, bis ich 14 bin, bis ich das erste Mal mache, damit es dann durchziehen kann, bis jetzt ins hohe Alter. Was ich professionell möchte sagen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eine gute... Der Spielmannszug ist wieder unterwegs. Hört es? Das ist... Ja, ich hoffe einfach, dass man nicht hört. Ansonsten ist die erste... Ich hoffe stark, dass man es hört. Du könntest ja gleich dabei stellen auf die unfassbare Qualität dieses Podcasts. Mein Gott, wenn wir fest aufmachen, dann ist es gleich noch viel mehr. Der Nachbar hat gerade Geburtstag und da ist der Spielmannszug und spielt gerade eine gute Untermalung für den Boris-Podcast. Ich weiß nicht, das sind polnische Jungen. Also, ich glaube nicht, dass die in den Spielmannszug kriegen, wenn die da umeinander wohnen. Also, wurscht auf alle Fälle. Ich habe erst mit 14 angefangen zum Trinken. Die hat mir ein wenig Zeit lassen. Was hast du mir? Ach, was war das? Wir waren da vom Fußballverein aus. Da hat er eine Geburtstag gehabt. War mit dem Vogel wie zwei. Geile Vogel Helga. Grüße gehen Sie raus, Helga. Für zwei von zwischendurch. Vogel! Die hat so einen geilen Hund gehabt. Das muss auch noch dazu verstanden. Die hat so einen kleinen Hund gehabt. Das war so... Kennst du das? Die Cäsar-Werbung? Ja. Seine Hund waren es aber in Ultra-Fett. Das war so geil. Die waren so fett, dass dann der Ranz-Werbung noch so über den Boden gehängt ist. Und wenn du mit dem Reil vorbeigefahren bist, weil früher du mit dem Reil gefahren bist... Das wird übrigens auch ein Thema. Und so generelles Thema ist so 90er, 2000er, späte 80er und Kindheit und so. Späte 80er? Da bin ich das weg. Da bin ich das weg. Da kann ich verschmerzen. Da käme ich... Ja! Also ich habe mit 91 meinen ersten Game Boy gekriegt. Ja gut, der 90er. Lass mir die 80er weg. Scheiß einmal auf deinen scheiß Game Boy. Mir wächtet man von einem Rausch-Werbung. What the fuck? Außerdem... Hau halt aus. Schleich dich nicht raus. Ich bin noch nicht im Zufa gewesen. Ich bin jetzt erst mit dem Reil beim Vogelwirt vorbeigefahren, wo ich meinen Rausch schon rausgezogen habe. Und da waren die geilen Fettsack-Hund draußen. Und die waren jetzt so geil und sind so da gelegen. Und dann fährst du mit dem Reil vorbei. Und dann so... Dann sind sie einfach wieder umgefallen, die geilen Fettsäcke. Auf alle Fälle sind wir da dann eine mit dem Fußballfein. Und ja, mit Saate 14, unberührt von meinem Onkel bis dato. Dann war dann... Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es so bleibt. Bis jetzt ist das so. Grüße gehen raus an. Grüße gehen raus an, Ongel Werner. Entschuldigung. Und da war es dann... Es waren... Ongel Werner, ja. Wie lang laufen dieser scheiß Podcast? Ich glaube, fünf Minuten. Nein, dann mache ich drei Minuten und da halten wir jetzt. Und jetzt geht es um... Um den Onkel Werner. Jetzt geht es um den Onkel Werner. Aber jetzt nicht das Schlimme. Bleibt deine Familie. Ja, übrigens. Ich werde es so knapp wie einer gewinnen. Back to the soup. Auf alle Fälle waren es ein Weißbier und ein Gearsmaß und eine Flirge, die Laternenmaß. Und dann habe ich im T-Shirt geschlafen, verlaute Bums auf. Und bin ich nach Hause gewackelt. Das ist vielleicht ordentlich fürs erste Mal mit Kontakt. Ich habe es mal mit Qualt eingedruckt. Das muss ich auch sagen. Ich bin im T-Shirt geschlafen. Du hast es dann nicht mit Qualt eingedruckt? Ja, schon. Ich glaube, ich hätte eigentlich nach dem Weißbier schon sparen können. Ich wollte gerade sagen, als 40er-Jähriger trinkst du ein Weißbier, dann bist du rotzenvoll normalerweise, wenn das dein erstes Weißbier deines Lebens ist. Ich bin aber auch eine Virtuose am Getränk. Das muss man auch dazu sagen. Virtuose am Getränk. Auf alle Fälle. Heimgewackelt. Morgen, Nacht. Dass sie auch nichts mehr klingelt. Und dann im Bett klingeln und ordentlich. Oh, leck, hat es mich getraut. Und ich habe dann nicht auf dem Fessel gespümmen. Ich habe dann gewartet, bis die Mama ins Bett aufgegeht. Also endlich. Und dann bin ich runter. Und dann habe ich im Blackout. Dann habe ich aber das Klo voll gespümmen und bin unten im Wohnzimmer am Boden aufgebracht. Ich frage mich nicht, was da passiert ist. Ich hoffe, dass mein Onkel nicht übernachtet hat. Ich habe keine Annahme. Früher bei allem, dass du meinst, Eltern kriegen so Sachen nicht mit. Ja, das ist generell geil. Oder bei mir ist ausgeflügt am nächsten Tag. Beate, ich habe das zum Saufen gegeben. Ich war beim Vogelwirt. Die zeige ich auch. Ey, Mann, Mann, ich habe Schelbe. So nicht, dein Mann. Ja, ja, ja. Sie hat es Gott sei Dank nicht. Ich habe gesagt, Mann, bitte lass mich. Ich habe so viel Schelbe. Ich stirb. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Hast du dir da gleich mal im Standpaar gehalten? Mama, du hast Aussichtspflicht. Ich war 14 Jahre alt. Genau, du hast dich alle ins Land. Ich gehst, genau. So nicht, ich zog dich um an. Nehmt du ein Vogelwirt. Hallo, Jugendamt. Genau. Hol mich hier raus. Ich kann es nicht sagen. Ich war elf. Ein stark. Ich habe gewonnen. Das war bei uns im Teehaus. Können wir das Tee? Du wirst es nicht kennen, weil du nicht von da bist. Ich hätte es dir jetzt auch nicht nach Alkohol aus. Teehaus. Ja, der Tee war immer stark. Das war der starke Tee. Das war sehr stark. Und ich war elf. Die Spät sind waren alle drei Jahre alt. 13, 14, 15. Wir waren drei. Ich war mit elf. Ich war mit dem Kindergarten unterwegs. Danke Werner. Keine Ahnung. Der Werner hat gefahren. Danke Werner hat uns alle gefahren. Der Werner. Da darf man das überhaupt ausstrahlen. Ich weiß es. Ich werde ihn rausfinden. Das werden wir dann rausfinden. Der Werner, solange ich sage, der Werner darf. Bei mir waren es zwei. Wir haben aber gar nicht ein halbes gesoffen. Nein. Ja, zwei halbes. Das hat aber, ich weiß nicht, gar nicht ein Maß, die, wenn du das so einzwingst, endest wie du. Und wenn du es normal trinkst, dann würde die zweite Hälfte leck. Das dauert zu lang. Die wird warm und wird leck. Allgemein, Massen sind nix geil. Das muss jetzt einmal gesagt werden. Ein Maß ist beschissen. Ich weiß auch nicht. In Scheiß, Volksfest ständig dieses Massensaufen. Also gut, außer du machst es halt geil und saufst es auf 20 Minuten rein, dann ist cool. Ja. Aber wenn du mal gemütlich trinken möchtest, dann ist es halt einfach nur beschissen, weil das Ding so lack wird, dass du halt eine Scheiß schmeißt. Da mache ich mir jetzt sehr viele Feinde im Internet wahrscheinlich, aber da hat er recht. Ja, natürlich hat er irgendwo recht. Aber es geht doch jeder. Irgendwo. Wenn ich jetzt auf Volksfest gehe, dann ist eigentlich die Kampfansage, die geht ja da los, wenn ich meine Lederhosen anziehe und dann die Knopf zu mache, dann geht es eigentlich so. Kriegst du deine noch zu? Das ist wie, ja natürlich, ihr wackelt immer gern Corona. Aber wenn du die Knopf, wo deine Lederhosen so zumachst, das ist wie, als wenn ein Boxer so in den Ring geht, wo er so den Walk-In hat. Ja, aber ich mag ja auch schnell fertig, wenn du rausstrengend bist. Und dann die erste Mast, die erste Mal. Und dann kriegst du eh schnell. Aber der gemeine Boxer, wenn drei Runden lang aufs Maul kriegt, fährt er einfach um. Und? Dann gehst du um sechs ins Volksfest und um sieben bist du tot. Er geht mit Stolz. Nein, geht er nicht. Doch. Nein. Hast du im Oktoberfest schon bei den Katzhügel da gesehen? Geht da irgendjemand mit Stolz? Ja gut, die sind aber auch keine Bayern nicht und die tragen keine richtige Lederhosen. Die gehen schon nicht mal mit Stolz hin. Das ist richtig. Das muss ich mir hören. Aber sie gehen auch nicht heim. Da ist das Reisbecker Volksfest. Ist doch richtig geil. Warst du schon mit dem Reisbecker Volksfest? Nein. Die sind richtig geil. Die haben draußen einen Stand und da verkaufen sie halbe aus den Flaschen. Eiskalt. Das ist nur geil. Erstens mal 2.50 geführt halbe und nicht 10 Euro für eine Drecksmaß. Die dann gerade dreiviertel eingeschenkt ist, bis es warm ist und danach noch locker ist. Sondern ich habe immer eine frische, eiskalte Halbe da für 2.50. Angenehmer Preis. Ich kann schon sauf werden. Bedienung ist sehr lästig, weil ich nichts von der mit mir habe, aber Pech gehabt. Kannst du auch runtergehen und kannst ein scheiß Bier von unten holen. Dann kriegst du halt da ein Trinkgeld. Aber das lassen wir eingehen. Aber ich bin absoluter Massenhasser. Ich sage es, was ich sage. Massenhasser. Ja, voll. Die erste darf schon ein Massenhasser sein, weil die geht schnell. Die zweite zwinge ich mir aber halt nicht innerhalb von 20 Minuten ein. Und dann wird es halt einfach leck. Und die dritte dauert noch länger. Und die steht dann eine halbe, dreiviertel Stunde. Stunde steht es vielleicht sogar am anderen. Die vierte verzeiht es mir keinen Scheiß. Du, wenn du 20 Minuten für ein Massen brauchst, bist du noch nicht mal in einer Stunde liegst unter den Tisch und speibst dich voll vor. Natürlich. Ja, aber wir will den Tisch. Also ja, irgendwo schon, aber jetzt. Ziel erreicht. Dann muss man den schmalen Grad packen. Ja, aber ich mag doch, wenn ich um 6 ins Volksfest gehe, dann mag ich doch um 8 schon noch da sein. Ja, natürlich. Nein. Eigentlich ist es ja nicht schön. Dann nervt mich dann wieder alles. Schwitzt wieder selber im Metzger. Stell dir mal vor, du hast um 8 noch nicht den Pegel. Stell dir mal vor, du bist im Volksfestfahrer. Da kannst du Pulsadern aufsteigen sein. Kein Mensch ist Fahrer im Volksfest. Ja doch, es gibt ja Fahrer. Ja, aber die fahren ja nicht ins Volksfest, oder? Ich kenne zwar keine Fahrer, nicht. Taxifahrer. Na, im Taxifahrer. Haben dir jemals Fahrer gemacht, irgendwie, egal was, Dorffest? Ja, ich bin einmal ins Reso zweimal gefahren und ins Bali bin ich auch mal selber gefahren. Da war es aber Freundschaftsdienst, weil Spätzl hat einen kennengelernt und er wollte sich treffen und er ist vorher einmal Fahrer gewesen, aber hat nicht gewusst, dass man als Fahrer nicht so viel saufen darf. Das hat er nicht gewusst. Das hat er nicht gewusst. Hat er nicht Pullen, der hat mich zu sagen, aber abprobiert. Hat er keinen Kampfschein mehr gehabt. Sie dürfen nicht mehr davon. Ich habe nur zwei Bier gekostet. Da hat er keinen Führerschein mehr gehabt und dann habe ich dann Freundschaftsdienst da wiesen, da ist auch mal eine Freundin gekriegt und haben da ins Bali gefahren. Und ja, dann hätte ich nicht, dann war es dann, obwohl es am Raufen waren, mit irgendwelchen Arschlöchern im Drecksland da drin. Puh, aber ich denke, das tue ich jetzt nicht mehr zu fahren, weil dann wird es wirklich zum Raufen. Hat er es zusammengehauen? Das ist die wichtige Frage, dass ich die Leidsteigen glaube. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich weiß gerade, dass sie sich nicht mehr richtig schmusen haben traut. Da habe ich gedacht, da traust du mir jetzt hier eine halbe Spaziergefahr, aber da traust du jetzt nicht mit der Tussi schmusen. Ich bin aber so daneben gestanden und habe gesagt, schmus. Ich kann mit dir als nüchternen Idioten daneben, da wüsst du dir jetzt auch nicht, wenn du wollen. Ich habe irgendwie den Spaß gebraucht. Nein, also ich habe damals als Fahrer, habe ich das Raucher aufgekehrt. Also da war ich geplanter Fahrer, das war damals so das Atrium, das war vor dem Abstechen und da war ich eigentlich Fahrer und keine Ahnung, dann habe ich halt zwei Bier gedrungen und dann haben sie... Was heißt das vor dem Abstechen? Da drin ist ja schon abgestochen worden, bevor das Atrium geheißen hat. Nein. Doch, zur Plaza-Seite ist da drin schon gestitzt worden. Oha, ich bin ja zehn Jahre alt, ich habe da nicht so viel Erfahrung. Also die Anstecherei war es ja auf alle Fälle im Platten-Plazer. Mal kurz zum Kontext, das Plaza und das Atrium sind Discos in... In Diffing, ja. In Diffing. In Diffing. Die Diffing haben gestitzt und da bin ich gestitzt. Ja, das habe ich auch nicht gekriegt. Das habe ich damals auch nicht gekriegt. Hast du das Plaza überhaupt noch erlebt? Du bist ja jünger wie mir. Ich glaube, es war damals das Plaza, wo Sido sogar noch da war. Das war richtig geil. Da war ich gerade 16. Das war richtig geil. Es kann sein, dass du noch Plaza warst, der da war. Das war so geil. Echt war das geil. Ich weiß noch, dass wir damals... Da haben wir jetzt nicht in den 90ern und in der Kindheit, aber schon fast da, weil auch mal am Donnerstag war da der beste Tag. Aber am Freitag hast du nicht dort gemessen. Ja, aber damals ist das alles wirklich gestickt. Da waren wir bis um 4 Uhr in der Früh voll gesoffen wie ein Behindertes und am nächsten Tag stehst du, dass ich mich in der Arbeit habe. Außer man hat so einen T-Killer gegriffen. Dann bin ich am nächsten Tag nicht gestanden. Oh Gott, boah, kein Meier. Kennst du unsere Geschichte noch? Unsere? Unsere? Welche? Im Reso. Ich bin ganz oben. Die kenn ich nicht. Also ich weiß das noch mal, wenn ich so war, aber ich weiß... An der Bar? Ja, da waren wir mit Kumpels, du hast mit Kumpels und wir haben uns gesehen und dann haben wir ein schönes Trinkspiel gespielt. Ist sehr zu empfehlen. Ich kenn dich drin. Nein, 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 das war... Best game ever. Ich habe mir Tequila ausgeben, weil der Kanye wird kein Tequila. Und ich Sambuca, oder? Und du hast dann Sambuca ausgeben, weil ich kein Sambuca. Und das haben wir dann immer gegenseitig gemacht, weil ich war dann immer keiner. Und das war ich. Und dann bin ich mit irgendwelchen... Seit zwei Jahren sind nicht da, aber ich hätte euch alle einen Jagermeister ausgeben. Aber die Welt ist so klein, ich bin mit... Ich nimmer. Aber ich bin ja mit deinen Kumpels haben gefahren, ich soll dir doch erzählen. Mit meinen? Ja, da wo ich doch in Landau ausgestiegen bin. Das hast du mir verzehnt. Ja, und das war der Abend mit dem Kanye. Ja, ist gut, ich würde dir sagen. Was waren das für Kumpels? Ich weiß leider nimmer, wie es heißt. Waren das nicht die Hasezwillingen und so? Ich weiß es nicht. War das Zimpe? Ich bin auf jeden Fall in Landau ausgestiegen. Ich wollte mir ein paar Namen droppen, die da irgendwie besuchen, Leute in der Weltgeschichte haben, das ist gut. Ja. Kein ist es nicht voll. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich war auch sehr erschrocken, wo wir dann kurz vor Landau waren, ich drehe mich um und ich kenne keinen in dem Taxi. In ganz flächig. In ganz flächig. Wir waren übrigens beim ersten Kontakt mit Alkohol. Wo haben wir jetzt eigentlich gelandet, im scheiß Blaser, wir gehen in den nächsten. Irgendwie bei alle Kontakte mit Alkohol sind wir jetzt gelandet. Das stimmt. Wir müssen wieder zurück. Du warst elf. Beim Onkel Werner. Im Teehaus. Beim Onkel Werner, im Keller. Nein. Teehaus Keller, schmaler Grad. Das waren zweieinhalb Geisholben. Zweieinhalb Geisholben waren es. Also im Prinzip eineinhalb Geismasten. Bei der dritten ist mir dann langsam aufgefallen, so. Something's wrong hier. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Dann bin ich zum Bieseln gegangen, das weiß ich nicht. Und dann habe ich mich angestrengt, dass ich das halt verdränge. Was dann gerade passiert, das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. Man kann sich da überhaupt nicht währenddagegen. Und dann habe ich dann mit ihm ins Außenauto und ins Auto gespümmt. Dann habe ich erzählt, der McChicken beim Mäcki war schlecht. Der Klassiker. Und sie hat nie was gesagt. Also nie. Ich bin mir sicher, dass sie das wussten. Du wisst es noch von damals, wenn du es jetzt ganz weit zurückdenkst, wo du es jetzt den ersten Rausch gehabt hast, wo euch so ein bisschen schwindelig geworden ist. Und da, wo euch lustig war. Da, wo du das Gefühl einfach nicht kannt hast vor dem Rausch. Und einfach nur gedacht hast, du bist jetzt witzig. Ja, das war auch kurz beim ersten Rausch, wenn du dir im Moment. Das ist so, hey, war der Kulbamm. Ja, genau. Aber ich habe ein Ruchteil vor Sekunde, das ist geil. Das ist einfach vorbei. Das habe ich so nicht empfunden. Bei mir, ich kunde es noch genau. Ich war es noch ganz genau. Nein. Also beim allerersten, das ist so unfassbar lang, ja. Ja gut, du bist ja hochwertig. Ich muss eben gerade sagen, das ist ja ekelhaft, dass du bist. Tausend fast. Was soll denn die Scheiße? Du bist was genauso, ey. Null, kein Meter. Soll ich mir vielleicht in der Debütfolge auch mal dazusagen. Du bist ja zehn Jahre jünger wie mir. Also wie ich auf alle Fälle einmal. Du bist... Ich bin vierer, zwanzig. Vierer, zwanzig plus. Ich bin sechser, zwanzig plus. Ich bin vierer, zwanzig. Spaß. Spaß. Das ist nicht schön. Nicht schön. Ich habe mich irgendwie angestrengt, dass man es mich nicht ankennt. Das hat man früher so gemacht. Echt? Ja. Weil man wollte irgendwie cool wirken. Und weil man wollte, ich habe jetzt zwei Bier angeschaut. Jetzt darfst du keine merken, dass ich schon total voll bin. Jetzt spiele ich auf nicht, dann bist du vollgeheide. Das war ganz komisch. Und ich muss auch sagen, die ersten Räusche, wir haben das dann regelmäßig betrieben. Ich habe keine Pause eingelegt, sondern das war bei denen so, oh, das ist einfach voll geil. Natürlich musst du halt auch sagen, das ist einfach voll geil. Aber damals hat sich das ungefähr noch so geil. Ja, das ist einfach voll geil. Und eigentlich habe ich es gar nicht so unfassbar geil gefunden mit elf. Das war nicht schön einfach. Wahrscheinlich hat man auch der Rauch. Ich glaube, du hast es nicht schön gemacht dann. Ich habe es auch nicht schön gemacht. Die sind ja gleich mit der Saufmaschine so ein Scheiter. Ja, mit elf Jahren. Ja, nicht dann mit elf und so. Und immer ist es nur um den Saufraum. Verstecker und Saufraum. Und das Raucher ist dann auch gekommen. Ah, die Raucherei dann noch dazu. Raucher, du hast geraucht, das weiß ich. Ja, wir haben ja gerade schon darüber geredet, aber... Du hast Raucher? Ich habe das Raucher aufgekriegt im Atrium, habe ich vorher erzählt. Ja, du hast vier Wörter darüber verloren, das Maschine. Ja, ich weiß, dass du nicht rauchst, aber wann warst du aufgehauen? Aber... Ich weiß überhaupt nicht, warum er überhaupt da ist. Ja, ich auch nicht. Eigentlich habe ich nur das Bier gebrochen. Ja, genau. Und dann war es ja alles hier. Grausam. Wo haben wir es denn? Raucher. Er hat gesagt, er hat als Fahrer gewonnen und hat dann aufgehört zum Raucher, weil er Fahrer war. Ja, aber warum hast du denn das Raucher aufgekriegt? Weil du Fahrer warst. Ich war eigentlich Fahrer und wenn du Fahrer bist, dann schmeckt es ja automatisch besser. Das ist ja schon mal das Erste. Was ist das Raucher oder das Raucher? Das Raucher. Wenn ich vorhers... Nein, das Tringer. Nein, das verwirrt es mich. Was? Ein Stringer schmeckt dann automatisch besser. Wenn du nicht darfst, das ist... Ja, immer. Dann hast du eine magische Sex-Holbe-Grenze erreicht. Und dann denkst du super, jetzt kann ich aufhören. Nein, aber das war irgendwie dann spontan und da habe ich mir gedacht, der zweite habe ich, boll, es schmeckt sogar die Kuh nicht nach Hause fahren. Und dann habe ich mit irgendwem dauscht und gesagt, oh, keine Ahnung, ich habe mir Säden verkauft, glaube ich, dafür, dass der da ran gefahren ist. Und da habe ich dann so viel drungen, dass ich am nächsten Tag war der erste Tag, da wo ich nicht rauch habe können. Und seitdem... Und dann hast du auch gehört. Und seitdem denke ich einfach, ja, wo will ich jetzt mal, wo lange das geht und bis heute geht es. Da erinnert mich noch an Tage in der Real-Juhe, wo ich mir das schon gedacht habe. Da wo ich gesufft habe wie ein geistig Behinderter, am nächsten Tag war ich so schlecht beieinander, dass ich den ganzen Tag nicht geraucht habe und noch im Bett drin gelegen bin. Und man denkt so, boll, das ist der optimale Zeitpunkt zum Rauchen aufzuhören. Ja, hörst du einfach auf. Und es ist so neun, zehn, auf die Nacht. Ah, fuck. Du rauchst am Balkon, rauchst du auch nicht. Sobald es wieder geht, wohnst du auch nicht. Sobald es wieder geht. Und die erste schmeckt, als hätte jemand ins Maul geschissen. Aber irgendwie geil. Ja, so dumm ist es jemand, aber irgendwie geil, ja. Irgendwie, ja. Du sitzt da und ich so, ja, tschau, und dann ascht ab und dann stattdessen einfach den Ausdruck ziehst du wieder und ich so, ja, ist das ekelhaft und wieder rauchst du rein und es ist nur asozial, es ist nur ekelhaft. Eigentlich war das Raucher viel schlimmer wie die Sauferei damals, wo es am Anfang wirklich als Kind, wo es wirklich unangenehm war. Später war das dann schon geil. Das war es gewohnt und dann, aber das Raucher war eigentlich immer scheiße. Das war bei mir also eine geile Kombi. Ich habe halt das Problem gehabt, meine Eltern haben das Raucher aufgekehrt, die wissen genau, wie es riecht. Ich habe dann angefangen und mit 14, 15 irgendwann und genauso mit dem Alkohol. Erstens, meine Eltern haben es gehohen, wenn ich geraucht habe, natürlich, weil du weißt genau, wie es riecht. Und ich habe immer gedacht, nein, nein, überhaupt nicht. Haben deine Leute was gesagt jemals? Ja, die haben immer gesagt, du rauchst ja und ich, nein, nein, natürlich nicht. Die Hunde haben gerade fast nur besser, wenn ich was drungen habe. In der Hunde hast du das Vieh, ich hätte den Ding von deiner Schachtel gesehen oder ich rauche überhaupt nicht. Nein, hast du feier? Genau. Na, und das andere Problem ist, wenn ich was drungen habe, dann lässt du dich automatisch noch stärker. Und dann immer so nach fünf, sechs Bier, selbst warten, dann wieder, dann hast du schon wieder ansitzen. Nein? Das stimmt gar nicht. Da hat man auch dann den Kissen schlagen vom Harry Potter, oder? Irgendwann hat er meine Zunge komplett den Schlaganfall, die stirbt einfach so vor sich hin den ganzen Abend und ja, so ist es leider. Ja, aber das waren immer die optimale, so mit Lispeln und einer Rauchstinger, die auch gewusst, was los war. Geil, ja. Wir haben uns irgendwie versteckt. Zum Rauchhals. Ja. Vom Bappen. Dass uns gar keiner sagt, und auch zum Saufen. Wir haben dann den Grästen von uns vier geschickt, den Tanksteg, der hat versucht, dass er ein Bier kriegt und Zigaretten, gut, damals hat es einen Automaten gegeben, da ist noch fünf Markstückele eingesteckt, das war lang, oh Gott, das ist lang her. Markstückele? Fünf Markstückele. Wann ist bei dir noch ein Reichsmark oder schon? Ich brauche dann wirklich was zum Werfen. Warum Werfen? Du kannst dir so zuschlagen. Das ist eigentlich nicht so. Nein, weil es ist nicht so. Du kannst Wammenhaut. Nein, ich muss erst noch, dass der Steuerprüfer kommt und dann ist das Mikrofon weg, dann ist das Steuer wieder unangenehme Fragen. Und dann haben wir uns irgendwie versteckt, in die Isarauern zum Beispiel, und dann ist immer einer gegenüber, also wir haben auf der Band gesessen und gegenüber ist einer gestanden und dann hat er links und rechts gestanden, sobald ein Radlfahrer gekommen ist, Zeug weg, Kippen weg. Wir haben uns angestellt, als wäre jemals da irgendein Erwachsener stehen geblieben, der irgendwas sagt. Als ob das irgendjemanden interessiert. Ja. Bruteil. Da gibt es nicht. Es gibt aber ein hinvolle Leute, die sich da echt wichtig machen. Bei mir war es jetzt nicht ein Trauer oder Saufen in dem Fall, sondern da wollte man damals Hannibal kaufen auf Kassetten. Videokassetten. In Globus, in Blattling, da hat er damals eine Abteilung gehabt, nur mit Multimedia. 18er Kassetten. Ja, da direkt einen Bereich haben wir gehabt, da ist doch jetzt ein langer Gang vom Globus, wo dann Metzgerei und was weiß ich, was sie kommt. Und so Boutiquenscheiße und Schmuck. Und da war früher nur Kassetten, CDs, Spiele und so weiter. Müssen wir dazu sagen, wo? In Blattling. 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 Blattling, der Globus. Auf alle Fälle, ich da reingruppelte, wollte unbedingt diesen Hannibal, weil im Radio hat es Karsten Adel so und im Kino, ich glaube, die hat den Herzinfarkt gekriegt, weil der Film so krass ist und ich mit meinen Zeiten 14 wollte den dann singen und bin dann da reingriegen natürlich nicht, weil er ab 18 ist. Dann rumpelte ich zu ihm, zum Hans Wursten, hin. Und der, glaube ich, hat unser jetziges Elter gehabt. Der war nicht eh nur als 35, der Kerl. Gut, also deins dann nicht. Meins auch nicht? Meins auch nicht, okay, aber meins gut. Und dann sagt die Fotze doch tatsächlich zu mir, weil ich habe gesagt, dass du mir den Film kaufst, ich gebe das Geld an. Und dann sagt die Fotze tatsächlich zu mir, wie alt bist denn du? Der Demo geht doch dir in den Scheißdruck und kauf doch einfach den Scheißfilm, du Vollidiot. Und dann so, nein, das tut er lieber nicht, weil ich bin sicher nicht 18. Dann sage ich, ja, natürlich bin ich 18 und frage ich dich auch in Gott's Namen, oder? Entschuldigung, gestern Sie erwachsenen Moog, gestern Sie, Entschuldigung, kennen Sie mir bitte den Film. Ich bin so 24 Jahre alt, aber ich traue mich. Auf alle Fälle, der hat dann gesagt, nein, und das ist sicher so ein Wichser, der hat euch gesehen und der hat dann gesagt, ja, seid ihr schon, wie alt wir damals sein müssen, 14, oder? Was war dann auch der, von der 16, keine Ahnung. 16, glaube ich. Muss man, glaube ich, ab wann, der war dann, 16, heute, ab 16, glaube ich. Nein, 18, 18, der ist traurig, und Schokozigaretten gar nicht mehr. Schokozigaretten gar nicht mehr. Schokozigaretten? Die haben verboten. Du willst raus, Alter. Die haben verboten. Ja, die haben verboten. Die waren aber gut. Das war die ersten, das war der Einstieg. Wer hat probiert, zum Mod zu sehen? Am Ende hat es mir auf alle Fälle ein 75-jähriger Mann bei dem Film gekauft, den hat es nicht interessiert. Das, gerade, dass die Ende der Geschichte ist. Ein 75-jähriger Mann. Der Olli hat gesagt, fahrig, wo du das Geld hierherkommst. Er hat gewusst, dass wir nicht abhauen, damit wir einen Füß bricht. So klein, wenn er probiert, zum Abhauen. Mit dem Hagerstecker. Der Vogelaufel. Ha, der kleine Trottel. Was ist das? Ich habe eine Mail gekriegt, egal. Ja, stark. Wo haben wir jetzt, jetzt haben wir die Filmabteilung im Klobus gelandet, da waren wir beim ersten Nikotinkontakt. Das war der erste Kassettenkontakt von dir. Weißt du noch, wann du das Rauher angefangen hast? Wann und wo? Ja, mit 14, 15. Du hörst nicht zu. Das ist mega nett von dir einfach. Das war so angesagt, wenn du dir aufpasst. Ja, ist ja nicht schön. Ich schau dir ganz so den Bohnen an und lass euch einen Contentball. Kann ich erzählen, sonst. Ich habe gerade was erzählt. Ich habe mir dann Hannibal gekauft. Ich glaube, ich war auf 14. 14, 15. Nein, also ich habe jetzt seit zwei Jahren gar nicht mehr geraucht, zwei Jahre lang und gar nicht mehr aufgekehrt. Davor habe ich gar nicht mehr aufgekehrt zum Rauchen, dann habe ich aufgehört zum Rauchen. Ich habe nicht nur als zwei, ich habe gar nicht mehr aufgekehrt. Die ganze Zeit raucht, da unten sowas aus. Dann kann ich auf das Klo gehen, da raucht es immer noch aus. Aber ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr gar nicht mehr und ganz klar, ich sage in denen zweieinhalb Jahren habe ich insgesamt eine Schachtel noch geraucht oder so, weil ich da mal ein bisschen einen über den Tee drungen habe und habe mir gedacht, jetzt ist wieder mal ein geiler Kippen in der Hand zu haben. Und dann habe ich es geraucht und habe mir gedacht, wie Teufel ist es nicht klappt. Und gleich wieder anzupfen. Ich weiß nicht mehr, wo die, das wisst ihr nicht mehr, was so die ersten Zigaretten waren. Weiß ich nicht mehr. Wir haben uns selber miteinander eine Schachtel gekauft, das weiß ich noch. Da waren wir zu fünft oder so. Die haben wir eine Woche lang gehalten. Ich weiß nicht mehr, jeder hat am Tag eine, zwei, zwei Zigaretten, kein Mensch nicht auf den Lund geraucht, alle ist super cool. Ich bin als Erwachsener vorbeigegangen, aber das wäre mir jetzt halt auch wurscht. Du musst aber heutzutage. Aber wenn die das Maul noch fangen, wo fangen die an, das ist das alle geil, das ist lauter zwei-jährige Arschloch-Kinder-Toten. Du gehst einfach bloß vorbei und dann fangen sie das Maul an. Dann kehrt ihr nachher eine Scheiß-Zigaretten, kehrt ihr nachher gefressen lassen. Ja, auf jeden Fall samt der Schachtel. Samt der Schachtel. Aber es müsst ihr ja auch mal sehen, wie viel Geld das die Leute haben müssen, wenn die dann nicht einmal auf Lungen rauchern und sie teilen. Die haben damals gerade fünf Mark gekostet. Ich sag einmal, es waren fünf Mark, zwei Fußgaben. Ja, damals, aber heute. Ja, heute geht das ja nur, heute muss ich gleich auf Lungen rauchen. So, wie ist es gegangen? Ozean, Hilfe, die Mama kommt. Hilfe, kein Mensch hat Hilfe. Hilfe, die Mama kommt. Das hat dann nur geheißen, Mama kommt. Das hat doch schon gelangt. Das geht doch nur um dieses, da muss doch kein Roman absagen. Ich dachte, es geht um Mama kommt. Hallo, hallo, hallo. Das ist auch was anderes, wenn man Katar hat. Hilfe, die Mama kommt. Wir müssen aufhören zu rauchen. Das ist nämlich ganz verboten. Wir sind viel zu jung. So war euer Satz anscheinend. Ja, wir haben mal Hertha Rini vorher gelesen. Und dann ist es losgegangen. Das hat eine Zeit dauernd. Deswegen hat er die Schachtel eine Woche lang gehalten. So ist es gegangen. Aber kurz bin ich jetzt mit ihm ausgesucht. Ja, das ist eine gute Taktik, zum Rauch aufzumieren. Das ist geil. Du musst einen Zug machen und hör den Ring gelesen. Das Geile dann, alle Zigaretten, die wir irgendwie sekt, durchprobieren. Jede Marken. Das war damals bei uns auch so eine Aufgabe, dass wir jede Marken, jede Sorte noch mal geraucht haben. Und es war ja nicht, was du da für eine blöde, dann irgendwann rauchst du. Widerlich. Kind jemand Black Death. Ja, die war noch schon cool. Die schwarzen Schachteln, die sind nur gekauft worden, weil ein silberner Toadenshell vorne drauf war. Und die waren schon geil. Halt doch deine Maul. Halt doch deine Maul. Ja, genau. Du musst nur so am Tisch ein Klopfen, was du gespürst. Durch den Tisch. Wenn du den Warwaschel ohne Holz hörst, was für ein Vollrapp das bist. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Nein, nein. Das war beim Zigaretten-Probieren, was für eine asoziale Scheiße. Weil du hast ja vorhin schon mal gesagt, Grüße gehen raus an Rothenhändle. Rehwall ohne Filter hat es auch noch gegeben. Ernte 23. Oder die Dinge, wir haben es geheißen, diese Black Devil, Red Devil, Black Devil, die wonach geschmeckt haben. Die wonach geschmeckt haben. Das war so Schwarzseel nach. Ja, da hat es verschiedene gegeben. Da hat es verschiedene Geschmacksrichtungen gegeben. Weißt du, der Eis und so einen Scheiß. Oh, die waren schon geil. Ja, aber die waren so. Die hast du mal im Wohne an Kraut, du hast das 14-Jährige. Du hast automatisch jetzt einen Stimmbruch umwandelt. Ja, servus, guten Morgen, mein Mann. Was ist mit dir? Ja, mach's auch, wie es heißt. Die waren gut gegen das Holzweil. Malboro Menthol. Ja, die waren auch. Und bei den West Eyes war es so geil, weil die haben wirklich geschmeckt wie das Wigblau. Die haben wirklich so, als würdest du in einem Wigblau einbeißen geschmeckt. Heute gibt es so komische Zigaretten, da ist so ein Kugel drin. Ja, so ein Knopf. Ja, so ein Knopf. Ich habe mir gedacht, das hat mir mal einer hergehalten. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mich verarschen. Ja, du musst auf den Knopf drucken, dann kommt so ein Menthol. Dann bist du geistig behindert, möchtest mich verarschen. Ja, mach. Aber ich glaube, das ist mega gesund. Sicherlich. Wenn das Knopf im Filter ist, das ist gut gesund. Wenn man da draufdruckt, das wird es dir in Kalikapsel. Du druckst drauf, dass es bricht und dass sich das dann entfaltet. Ich glaube, das ist mega gesund. Mega. Mega. Da hat sich irgendjemand einmal welche gehabt, da waren zwei Kugeln drin. Ich weiß aber nicht mehr, was das zweite Kugel da hat. Das zweite Kugel da hat. Waren es nicht auch so Filter, deren Filter verstärken, dass mehr Filter halt... Oder die haben es Menthol wieder neutralisiert. Da war irgendeine andere Chemie-Scheiße drin. Ich weiß aber, es gibt wirklich... Das sind ganz weiße Zigaretten und da ist ein weißer... Ich weiß jetzt weiß auf weiß, ist ein bisschen behindert, aber du sechst einen, einen weißen Strich und einen roten Strich. Und da kannst du draufdrucken irgendwie. Ja, ja, ich erinnere mich aber nicht mehr, was das für Scheiße ist. Ja, ne. Aber die hat es nur in der Tschechei gegeben, oder? Hat es die bei uns auch gegeben? Ich weiß nicht. Ja, in der Tschechei hat es wirklich... Ich habe schon Ewigkeiten keine Schachtelkippen mehr gekauft. Ewigkeiten. Geilen Tschechenkippen früher. Die waren so... Die hat es glaubt, dass sie es angekauft hat, und dann hat es auch gemacht, dass ich unsere Stecker auskippt hätte. So dachte ich, ja, aber es hilft nicht, ich rauche es trotzdem, weil es geil ist. Das ist super. Da kannst du eine Schachtel dann anstatt 5 Euro, hat es echt 4,20 Euro gekostet. Weil ich da habe immerhin mit der Nüpfpfung gekauft. Ja, aber es waren Steckern drin, hallo. Ja, und dann waren Steckern drin. Die ist auch gezogen, also hat es einfach Zigaretten zerrissen. Das war echt geil. Ich habe mich darauf geboten, dass da mal Böhler drin ist. Und geschmeckt haben es, wie wenn du Zähne gleich steckst. Ein noch schlimmer war, ein Späßler war in den Kino ein paar Monate, und der hat dann immer Kippen in den Kino gekauft. Und er hat gesagt, er fängt jetzt zum Rauchen an, weil in den Kino sind die Kippen so billig. Der hat nie geraucht, der voll Idiot. Und er hat dann mit Mitte 20 gemeint, ich muss jetzt da anfangen, weil die sind so billig. Und der hat so mich genommen und gesagt, ich möchte jetzt mit denen anfangen, die waren noch schlimmer als das Zeug aus in der Tschechei. Die waren noch schlimmer als das Zeug aus in der Tschechei. Die waren nun irgendwann einmal. Auf allem haben wir alle Moon-Zigaretten gehabt, weil es waren die billigen. Irgendwann haben alle auf LM umgestiegen, weil die waren so billig, die haben 3,50 Euro gekostet und die anderen nämlich 4 Euro. Und geil waren die Ding, die Che mit dem Che Guevara fahren drauf. Die sind nur in so Tabakläden oder in Blattlinger. Bei uns war in der Natta nur der Blattlinger Bahnhof, glaube ich, der die gekauft hat. Die haben wir, die kenne ich nicht. Rade Schachtleben, also wie, und dann der Che Guevara gekauft drauf. Die hast du damals schon gegeben. Ja, ja, die waren voll geil. Die hast du immer gekauft, weil du bist ja dann cool, weil du hast da einen Che Guevara oben drauf. Was haben wir, was haben wir, die coole Merkenwahl über Lucky Strike, natürlich. Und die sind nur scheiße. Da hat es dann aber ein Neugegeben, ob das die Neue auch noch kennt, diese weißen mit dem Goldener-Ding-Logo drauf, die wo sie einen runden Filter haben, am Anfang. Die haben alle runden Filter, oder? Kein runden Filter. Ach Mann, du Penner. Die mit dem Loch in der Mitte drin. Die ist praktisch nur so ein. Also schon, du kannst mal ein Filter hören, aber der ist nicht hohl. Genau. Die kenne ich, da habe ich mir das erste Mal überhaupt nicht rausgekennen, was die so eine Behinderung ist. Was soll das bringen? Ja, gar nichts, das war cool. Und dann bist du halt rumgelaufen und hast dir noch ein cooler Gefühl und kein Mensch hat das gesehen. Aber du hast das Gefühl, wie drei Meter groß ist. Du hast sowieso rauchen müssen, so. Ja Mann, genau so. Das war geil, das war echt geil. Wenn du mit 14 durchstest und rauchst so. Ja. Das Zigaretten auch so halten, wer das tut heute. Also bitte, wenn du so rauchst, dann hoffe ich, dass du mir verkehrt und holst und brennst du die Lippen auf, der Trottel. Ja, das habe ich ein paar Mal. Ja, früher waren wir auch cool. Nein, aber das ist eigentlich ganz geil. Früher dachte man wirklich, so mit 14, 15, mit der Zigaretten im Mund und einem Bier in der Hände, das ist mir der geilste auf der Straße. Und halt, wenn die 14, 15-Jährigen vorbeilaufen mit sowas, dann denkst du, da leckst du auf der Straße. Na, du hast einen Schluck Bier trinken. Ey, super. Ich bin so leid, ich muss nicht in der Arbeit fahren. Dann muss ich mich in der Früh. Genau. So, ich habe gerade das saufen, keiner trage ihn rein. Der Ernst ist wirklich noch. Ich habe mich nicht hinein. Ich fahre mit dem Auto, der andere sehe ich nicht. Ich fahre mit dem Auto, der andere sehe ich nicht. Nein, also, ich war jetzt in Dingerfinger der Stadt beim Eis essen. Während der Arbeit? Während der Arbeit, ja. Nein, nein, nein. Nein, da war ich auf der Nacht einmal, mit der Magen, glaube ich sogar. Ja, das sagt er gleich. Mit dem Onkel Werner. Wisst ihr, dass es so allein ist, wie sie bin? Oder der Spagett, der auch spendet. Ach, klar. Spagett, jetzt der Onkel Werner. Das ist lustig mit dem Onkel Werner. Wer ist der Onkel Werner? Ja, das ist nicht der Kerlanschein. Du vererben warst da. Ich habe keinen Onkel Werner. Aber du hörst überhaupt nicht zu. Ich habe auch keinen Onkel Werner. Auf jeden Fall. In der Jogginghosen, also diese asozialen Jogginghosen. Welche? Diese seitlichen Uferden. Die mit Knipp. Wo liegt die geilen Knippfüßen von Dombor? Ja, und so einer ist da rumgelaufen. Aber so ein, ich sage mal, keine Ahnung. Ja, jetzt wird es schwierig, da rauszukommen. Nein. Sag es einmal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein junger Herr. Ein junger Herr? Ja. Der hat sich direkt mit seinem Bier umeinander gelaufen. Mit der Hose zum Aufknäpfchen. Ja, Mann. Und der hat aufgeschaut. Ich konnte es dir gar nicht sagen. Aufs Bier war ich rein, das war sauer. Aber sonst war ich einfach nur asozial, wirklich. Die geilen Aufknäpfelhosen. Ich meine, das war halt in den 90ern, so viele Geile, solche Trends geben. Aber diese Hosen werde ich nie vergeben. Auch die, das war die Beste. Die waren stark. Ja, das war die Beste. Und irgendwann, so ein Jahr später war es vorbei, außer bei den Russen. Die haben es heute noch. Die haben es einfach alles geholt heute noch mit den Hosen zum Aufknäpfchen. Bei denen, wenn sie einen Trend durchsetzen, dann bleibt es. Dann wäre gut. Trend bleibt. Weil wenn es mal ein richtig geiler Trend ist, dann bleibt es. Trend geht. Trend bleibt. Der Russe bleibt gleich. Mit Knöpfen an die Hose. Bleibt. Kilo bleibt. Also da, Knöpfchen an die Hose, die Beste. Bleibt. Bleibt. Die ersten Räusche. Wo habt ihr gesufen? Wo? Ja. Hat sich sowas wie ein Baubon oder ein Hütten oder sowas gehabt? War eine geile Geschichte. Geile Geschichte. Ich habe dann mit 14, 15 angefangen und ich habe einen Kumpel gehabt bei mir in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen sagen darf. Das musst du wissen. Ich frage mich schnell. Auf jeden Fall. Sag jetzt, wie du heißt, sonst kann ich mich nicht identifizieren mit der Geschichte. Ich brauche Namen. Alter. Auf jeden Fall. Ein guter Kumpel von mir, der hat einen Freisitzkont. Wie weiß ich nicht? Göttl. Gar nicht. Auf jeden Fall. Richtig gut. Der hat einen Freisitzkont. Göttl, tu dich nicht runter. Das sagt eh keiner. Nein, nein. Gar kein Thema. Wir haben keine Follower. Das ist falsch. Auf jeden Fall. Der hat einen Freisitzkont und da haben wir dann eigentlich fast jeden Tag hingefahren. Freisitz ist das nicht das Ding vom Bayernpark? Die Achterbahn? Ja, genau. Wir waren ja jetzt jeden Tag im Freisitz. In der Achterbahn. Weil da haben wir ein gutes Auffahrt können. Freischütz hast du. Ich kippe überhaupt nicht, du bist das für ein Gespräch. Ja, ich kippe immer vom Freischütz. Von so einem Freisitz. Da musst du einfach nur draus sitzen und unterdachten Ding. Ja, ich habe das Wort jetzt vom Bayernpark. Du wohnst auch nicht, weil du da bist. Ja, Freunde, klar. Ich gehe immer direkt gegenüber. Bayernpark. Das ist ein Reispark. Das ist okay. Ja, das ist ein Fuss. In der Achterbahn einsaufen. Meter bringen uns Geld oder was? Ich habe gerade gesagt, machen wir das nächste Mal. Bitteschön. Alles klar. Du nimmst die Kino mit diesem Bucke. Alter. Da waren wir wieder back to the root. Die eine Hälfte, die mir denkt, sie war um zur Hölle, habe ich auch noch einen von den Idioten eingegangen. Die andere Hälfte denkt, sie free Content. Lustig. Da war ich zu. 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 Hey, hey. Wollen wir mal durch? Du noch einmal übernehmen. Ich bin laut. Ich fahre auch laut. Wie seid ihr laut? Was ist das? Was sollen wir machen? Wir sollen wir heute drei Folgen hintereinander aufnehmen. Viel Spaß. Ich habe noch einen Kasten wie im Auto. Ja, Gott sei Dank im Auto. Wieder so eine Pfotzengrube Scheiße, oder? Nein, nein. Ich sage es, dass sie grob ist. Sie haut eine Flasche über den Schell. Du bist grob. Du bist grob. Also du warst im Bayernpark im Freischütz beim Saufen mit dem Spätzl. Genau, in der Achterbahn. Alles klar. Genau. Da haben wir alle hintereinander gesessen, weil der Erste hat das Bier geholt und alle anderen haben geschaut, was sie kriegen. Kotze. Ein Bier gibt es einmal sterben, wenn wir das. Spätz, spätz. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, nicht zum Schwitzen, oder? Wir rinden es alle leer aus. Unangenehm. Grausam. Sind wir zur Schüssel unterstehen, Mann? Ich schwitze das Arsch. Mann! Tschüss, Mann! Jetzt los und mal verzeihen. Okay. Irgendwas mit der Achterbahn. Verzeih weiter. Wir haben im Freisitz haben wir gesessen. Er ist halt ein bisschen äter wie. Oder alles. Entschuldigung. Mein Fehler. Redet ihr mal gescheit, Deutsch, du Mongo. Mein Fehler. Auf jeden Fall. Peinliche Pause. Auf jeden Fall sind wir da drin gesessen. Jetzt draußen. Immer. Ständig. Die ganze Geschichte. Weil er war ein bisschen äter. Ich rizt mich so auf. Alter. Du verzeihst dir deine Geschichte. Ich schnitt raus. 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 Jetzt verzeih endlich. Mann, und dann kommt mir das ein Scheib. Das ist das vierte Mal, dass ich mit dem Kass auffang. Einfach nur weil ich. Achterbahn. Was ist mit euch? Du verzeihst dir, was von einem Freisitz-Achterbahn ist. Nein, ich verzeih von der Achterbahn. Ich verzeih vom scheiß normaler Freisitz. Und er kommt daher. Ja, ich schnitt raus. Ich schnitt raus. Oh Gott, die Sendingswerberat. Da schwirrt sie mir auch. Dann zieht das Brüner. Aber da ist das ein Haus. Das ist unfassbar, da drin. Aber wenn man die aufmacht, dann spielt Blasmusik wieder rein. Weißt du nicht, wo spielt denn die? Wir haben ein Meilenmeid weg von allem. Soll ich nicht. Ach, geh halt doch, der Fotz. So. Der wird's. So, jetzt Achterbahn-Geschichte. Genau, jetzt fahren wir im Kreis. Schwitze, ich sage. Auf jeden Fall, wenn man in diesem Scheiß freisitzt. Und der war ja da bis jeder. Oder ist ein bisschen jeder, immer noch. Und er hat immer ein Alkohol gekauft und ich habe mir Zigaretten gebracht. Weil ich war so ein Dealer. Du warst der Zigaretten-Dealer. Ja, ja. Und der war der Schnappstealer. Und ich habe dann immer, irgendwann, weil man hat ja, war aber jung und hat kein Gag gehabt. Dann habe ich irgendwann diese Riesenpackungen zum Stupfer gekauft. Kennst du die? Diese Röhren. So groß. Und dann habe ich, genau. Nach dem ganzen Abend immer da geschießt, einfach nur gestopft, gestopft, gestopft. Und er hat immer ein Alkohol dabei gehabt. Und dann haben wir da jedes Mal so gesoffen. Also, wirklich Kanade gerade. Ich habe dann immer mein Papa erzählt, meiner Mom. Ja, ich gehe FIFA spielen. Und meine Eltern haben genau gewusst, alles klar. Der spielt halt richtig FIFA. Das heißt, die Antwort auf meine Frage, wo habt ihr immer gesoffen, ist bei dir beim Stopfen. Eigentlich geil, oder? Sag mal ehrlich. Eigentlich geil, oder? Das ist ja eine Kippenstopfe, das ist echt geil. Das habe ich nie getan. Nein, aber das ist eine Hartz-IV-Scheiße. Wenn die arztlosen Eltern ihre Kinder das hingeben, damit sie beschäftigt sind, damit die Eltern saufen können. Und dann da habt ihr was zum Spänen. Das ist da eine Stopfe und dann... Da habe ich noch gar keine Zeit gehabt für das Hartz-IV, weil da war ich nicht ein Schulmann. Ja, auf dem Fliesentisch müssen sie Zigaretten stopfen. Die haben immer Hartz-IV-Kinder. Nein, der hat es getaugt. Nein, du hast doch kein Speizsäck und nichts. Die sind ja jetzt in seiner Scheiß um. Eine Stopfmaschine ist doch ein Speizsäck. Halt deine Mama. Du bist froh, wenn du mal eine Stunde in den Pfad gepfotzt wirst. Weil deine Mama jetzt gerade gepfotzt im Sofa. Du kannst sogar mal einen Kippenstopf. Wie lange ist dieser Podcast-Online? Drei, zwei, Ende. Alle, güte. Welcome to a day in my life. Gebt einem Knie nie wieder ein Bier. Ich wollte gerade sagen, gibt es dem Typen kein Bier und kein Mikrofon. Ich habe ja gewusst, was kommt aus dem Riemen eigentlich auf, güte. Oh Gott, im Himmel drin. Schön. Warte, wie gesufen? Wo? Ich habe nicht in der Achterbahn gesufen. Ich grüße dich wieder raus in Bayernberg. Was ist da? Was ist da? Weil ich für die Leute kein Video haben auf Spotify oder sonst, wo ich lese vor. Da kann deine Dreckswerbung stehen, wenn du nicht so knickert wirst. Du Hurensohn. Grüße gehen raus, egal wen. An den Höchstmieten. Kann ich jetzt nicht. Ich habe einfach nur am Fußballplatz einmal gesucht, Verzölfing. Mitten auf, da. Ja, da war ein Beiwahrt in ihm und da waren so große Silos und ein paar Bäume. Und dann ist da irgend so Wolzen gestanden. Und hinter dieser Wolzen haben wir dann einmal ein Kasten Bier gestellt. Und dann haben wir halt ein wenig geboinert und noch halb hineingesucht und geraucht. Das ist schon immer gegangen. Wir haben auch Zeit. Da habe ich schon ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist sehr interessant, wenn wir es in eine Geschichte haben. Wir haben einmal zum Zetteln abgekauft. Ja, Zetteln auch. Irgendwo. Und wo haben wir mich an der Isle abgenommen gezettelt haben. Als 13-Jährige. Irgendwo in die Stau. Hauptsache irgendjemand hat einen Kasten Bier und eine Stange Zigaretten dabei. Das ist nur geraucht und gesucht. Das war so behindert eigentlich. Na geil war es. Es war geil und behindert gleichzeitig. Da bin ich so zurück, da denke ich mir, was haben wir uns gedacht. Wir haben ja ein paar Jahre raus und dann so weit weg wie möglich vor der Straße an dem Feuer, damit man halt da ein geiles Auffang kann, weil da seht ihr dann keiner. Das haben wir auch oft da. Ab wann verjähren? Also was auch, bevor ich die Geschichte erzähle, ab wann verjähren Sachen? So ab acht Jahre, oder? Das kommt drauf an, die Vergewaltigungen sind 25 Jahre. Habe ich gehört. Was? Die Vergewaltigungen sind 25 Jahre. Nein, nein, sowas ist in einem Gotteswillen. Nein, sowas ist nicht. Nicht im Sicht passiert. So ist was kaputt gemacht worden. Also so, das ist am nächsten Tag schon verjährt. Das ist am nächsten Tag schon verjährt. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, weil ich das garanziehe. Das war doch gerade ein Freund von dir, da warst du gar nicht dabei? Das stimmt, da war ich gar nicht dabei. Das war ein Freund von mir. Der hat dann die Hütten da und da. Göttl schon mal. Göttl! 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 Da war der Göttl. Im Freischütz wieder. Da war der an dem Weiher und da war eine Hütten und in der Nacht war uns halt kalt. Der Ohrblick. Und dann haben wir halt beschlossen, so, Alter, die Hütten, die holt's mir jetzt ein. Dann haben wir die einzelnen Bräder-Laserkarten und die Hütten eingeheizt. Warum habt ihr denn einfach die Hütten eingeheizt? Ja, aber das hat's gehört. Das hat's gehört. Aber dann kannst du dir die Hütten noch unzähten. Ja, aber die Bräder ausgeschlagen und dann unzähten. Ja, dann bringt's länger. Den Nachtidioten. Aber das macht man doch auch nicht. Die Jungen hast das Feeling fürs Kaputtmachen noch dabei. Aber da warst du der Sonnenbeinfeier praktisch. Das schon, aber dann hast du ja gleich gefeiert, wie am Knack. Bisschen. Sondern für ein normales Lagerfeierrad hast du ja auch noch den Zerstörungstraum, hast du auch noch ausgelebt, weil das Ding hab's ja zusammenhauen hast dürfen. Dein Mann war nicht da, also hat die Hütten erhalten müssen. Achso, ein Ding hat zusammenhauen. Gut, oder? Du bist so unglaublich schlau. Aber echt. Nein, das versteh ich schon. Ich schweiz so viel. Warst du denn auch dabei bei dem Hausverbot in Pullman City? Nein, das ist mir nur erzählt worden. Das ist mir nur erzählt worden. Hausverbot in Pullman City. Wie schafft man das, frage ich mich. Egal, das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Ja, ich war auch nicht dabei, ich hab's blockiert. Pullman City, wenn ich da bin, jetzt auch nicht. Unser eigentliches Thema. Ja, ist wurscht. Typ kein Thema. Unser eigentliches Thema. Ja, ist es wurscht. Ach, der Mann. Zau mal noch zu ihm. Wohin, ich muss was zu zeigen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Florian. Birgerleck, erzähl mir mal deine lustigste Geschichte. Nein, meine lustigste Geschichte. Meine lustigste Saufschicht. Die kann ich doch nicht aus dem Meer mich schütteln. Hast du eigentlich noch eine ZB im Kühlschrank? Ja, muss doch gehen. Wie stellst du dir das jetzt vor? Du willst nicht, du willst ein Bier. Wir haben mir da eingespart. Hilfe. Schau hin, hat es 5000 Grad. Das nächste Mal müssen wir uns ein Besseres überlegen. Ja, das stimmt. Jetzt hättest du ja jammern auf. Das ist einfach, das macht so, ist es nicht gut. Was sagst du? Ich sag das, ich bin schon wieder im Pfotzen. Ich habe richtig durchsteht. Ich habe es richtig durchsteht. Richtig unangenehm. Ich lasse mich heute voll viel Zeit, weil man denkt so, was soll ich nicht? Spätest du eigentlich? Ich muss ja noch vor und sechs halbe gängern. Wollt ihr nicht? Ja, und bei dem Schwitz. Eben. Also unser eigentliches Thema war, der erste Kontakt mit Rausch und mit Zigaretten ist der von allen fachgerecht beantwortet worden. Ja, also wir, das hat ja nur geheißen, wann man angefangen hat zum Rauchen, wir haben mir nicht erzählt. Ja, aber jetzt soll jetzt irgendwas heißen. Bei mir war es mir assumiert, da hat einer eine Spätzleine geraucht, der hat so einen ausgebauten Speicher gehabt, das war so eine Schraube-Teife, dann hat er sein Pumpe-Düser, ja, wie die Zünder abgeil, hat er umeinander geschraubt, sind wir umeinander gefahren. Auf alle Fälle hat er seinen Speicher selber ausgebaut, der war brutal, das war 13, 14 so, ja, der hat den Scheißtrick alles selber gemacht. Fängt auch so nachgebaut. Das nicht, der hat gerade ein Zünder-Para gehabt und nachher aus einem Tandem hat er sich ein Tridem gebaut, das war auch ganz verrückt. Da sind wir da Heuelfen gefahren damit, da hat er es sauber geworfen. Auf alle Fälle, der hat da schon mit zwölf, glaube ich, zum Rauchen angefangen und dann, das war dann mal so, der hat gesagt, jetzt kippst du mal, ich möchte das mal probieren und mir hat das tatsächlich geschmeckt, die erste Zigaretten, das war ganz, ganz weird, weil eigentlich weißt du selber, die schmeckt er nicht und ich habe das so, das ist irgendwie voll geil und dann haben wir gesagt, schnell auf, aufs Tridem, habe ich mir auch eine Schachtel und dann habe ich das Rauchen angefangen. Schnell auf, aufs Tridem, raucht man schnell rein. Nein, ich habe mir das Schachtel. Wir haben aber, also die erste Zigaretten, das erste Mal auf Lungen und so weiter, das war die Hölle. Ja, das war schon eklig. Das war die Hölle, weil du nicht weißt, was du bist. Ich habe es dann so angewohnt, dass ich ganz leicht bloß auf Lungen gekauft habe. Ganz wenig angezogen, zwar voll runtergezogen, aber nur ganz wenig Rauch im Maul drin gehabt und so ist es dann innerhalb von einer Woche gegangen. Ich bin stolz auf euch. Wir haben uns auch beim Versteck, irgendwann wirst du nicht, dann suchtelst du dich. Stop it! Was war das? Lass uns doch einfach! Hocke mir an! It's Showtime! Und nicht mehr Bier mit! Jetzt bin ich wieder, was du im Zuffa gemacht hast. Nicht mehr Bier mit, du Vetter, Hohensohn. Das hat er gerade auch gemacht. Was will ich dir jetzt erzählen? Wenn du dann das erste Mal so gespannt bist, dass du angesuchtelt bist, wenn du auf die Nacht daheim bist, dann kannst du dann daheim keine Raucher, weil deine Eltern da sind. Dann haben wir es mir so gemacht. Wir haben uns erst am Anfang wirklich angerufen und gesagt so, ja, kannst du mir du noch schnell irgendwelche CDs bringen oder irgendeinen Scheiß? Ja, trefft man uns da und da. Dann hat ja jeder halt zu seinen Eltern gesagt, ja, wie treffen wir uns da und da. Haben wir schnell eine geraucht und dann sind wir wieder heimgegangen. Irgendwann ist das wirklich so weit gegangen, dass ich hergegangen bin, habe ich einfach irgendwelche alten Scheiß-CDs genommen und gesagt, ja, ich treffe mich noch mit dem und dem, ich komme gleich wieder. Dann bin ich irgendwo da vier gegangen und habe mich da vorne am Treppen, habe die Scheiß-CDs in den Stauern reingemacht, habe Holz von Zigaretten geraucht und bin wieder heimgegangen. Und dann habe ich den Hirn verbrannt, die... Vor allem die aber CDs. Was immer mal da können, man könnte mal da vier schauen und die Stauern, ob da CDs drin liegen. Könnte man mich noch... Man kann natürlich durch den Urwald. Nein, viel weiter von. Also noch weiter. Nein, so weit gehe ich nicht. Das ist zweit. Nein, so weit gehe ich nicht. Die Zeit lang vorbei, so weit gehe ich nicht. Oh, leck früh, wenn man überall zu Fuß gegangen ist. Haben wir alle gefahren und so einen Scheiß-CD. Von Bestinger-Volksfest zu Fuß heimgehen und so einen Scheiß-CD. Ich frage mich immer noch, ob ich trotzdem Fett sein habe können, Thomas. Ich meine nicht. Das sind aber schöne Themen, schöne Themen fürs nächste Mal. Also das erste Volksfest in der Kindheit. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich gehe mal schnell durch. Vier Promille oder was weiß ich. Was kann man nächstes Mal für ein Thema auspacken? Die erste Freundin. Die erste Freund. Wenn ich euch so... Die meint es gut. Können wir mich nicht mitschmerzen. Mit einem One-Man-Show-Float. Aber ihr seid noch keine Kat. Ehrlich? Kenn ich. Also das streichen wir mal von der Liste. Okay, das ist sehr traurig jetzt. Aber wir würden eine suchen. Billig. Und will ich. Für die nächste Folge müssen wir hier... Hier könnte unsere Freundin... Hier könnte ihre Freundin stehen. Du knicker der Ursohn. Oh mein Gott, was habe ich getan. Du hast den Monster erschaffen. Du hast den Monster erschaffen. Ich weiß nicht, ob dieser asoziale Scheiß-Idiotenschmerz jemals das Licht der Welt im Blick. Es ist mir aber auch völlig wurscht. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Florian, der Kani und von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte Like nicht vergessen. Abo, Glocken, die ganze Scheiße-Saison zu sehen. Nicht anziehen. Bitte nicht anziehen. Das ist so ein Spaß. Und für Werner, das war Spaß. Werner, bitte! Bring ein Bier mit! Du fährst da Hurensohn. Bis zum nächsten Mal. Ich habe dir recht. Servus. Oh Gott. Oh Gott.